Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war gestern bei dm und habe mal nach Haarfarben geschaut, denn ich möchte meine Haare jetzt doch ein bisschen nochmal färben. Mir ist das hier ein bisschen zu unnatürlich. Und da habe ich das hier gefunden von Garnier. Das ist ganz neu. Das ist eine dauerhafte Haarfarbe mit 90% Inhaltsstoffen, natürlichen Ursprung, bis zu 100% Grauabdeckung, bis zu 8 Wochen lang anhaltende Farbe, ohne Ammoniak und vegan. Schöne Effekte und Farbschaptierungen. Einfache Anwendung mit der Hand. Da bin ich immer ganz gespannt, das habe ich ja noch nie gemacht. Hier hinten seht ihr einmal oben die Ausgangsfarben und wie das dann wird. Also es ist ja 100% Grauabdeckung. Die grauen Haare werden dann ein helles Blond. Und dann habt ihr hier hellblond. Und das wird dann so. Mittelblond, ja blond und mittelblond. Für dunklere Haarfarben solltet ihr das nicht verwenden. Da gibt es auch noch verschiedene andere Haarfarben. Das ist jetzt hier 9.1 Vanillablond. Ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen Honigblond und Vanillablond. Vanillablond ist etwas heller. Und da habe ich mir gedacht, nicht dass das nachher insgesamt sehr, sehr orangig aussieht. Nehme ich lieber Vanillablond. Das ist mit einer Pflegekur. Die ist mit Shea Butter. Ich habe das schon mal aufgemacht und da reingeschaut. Das ist hier nämlich nochmal verschlossen. Und das ist da alles. Das ist die Haarkur von Garnier. Shea Butter Haarkur. Was ich schön finde, wieder zu verschließen. Das heißt, wenn man das jetzt nicht beim ersten Mal aufbaut, könnt ihr das nochmal verwenden. Finde ich toll. Das ist der Entwickler. 60 Milliliter und 40 Milliliter Farbcreme. Auch die Schere. Das ist einmal aufzuschneiden. Und dann habt ihr Handschuhe drin. Eine Anleitung und einen Spatel, um das zu vermischen. Und hier rein sollt ihr dann die Farbe machen. Und mal nochmal auf die Anleitung muss ich nochmal rein. Alles richtig gut beschrieben. Erstmal schützt euch mit dem Umhang. Dann, dass ihr das halt aufschneidet, zusammen mischt. Mit dem Spatel verrühren, Handschuhe anziehen. Und dann ist hier das Auftragen auch noch einmal beschrieben. Entweder macht ihr den Ansatz zuerst für 20 Minuten und dann die Längen und Spitzen. Oder ihr tragt das halt erstmal auf dem Ansatz auf, dann auf Längen und Spitzen und insgesamt 30 Minuten. Das werde ich machen. Dann spülen sie das Haar gründlich aus, bis das Wasser klar wird. Du sollst weiterhin die Handschuhe auch tragen, auch beim Ausspülen. Dann sollst du eine Haselnuss große Menge der Haarkuhe auftragen. Und die soll dann drei Minuten einwirken und hinterher wie gewohnt stylen. Diese beiden Produkte werden jetzt zusammen gemischt. Lasst mal aufschneiden. Das kommt dann hier rein. Das ist der Entwickler, die Flüssigkeit. Und das ist dann die Farbe. Die ist etwas fester. Die Farbcreme. So schaut das jetzt aus. Und das wird dann ordentlich mit dem Spachtel verrührt, bis ihr eine schöne gleichmäßige Creme habt. Und das riecht gut. Das stand da auch bei. Genießen Sie den Duft während der Einwirkzeit. Spachtel noch mal abstreifen. So schaut das dann aus. Umhang um. Das sind die Handschuhe. Die sind gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, die sind besser als in vielen anderen Haarfärbeprodukten. Die sind wirklich besser. Das ist schon, da habt ihr schon ein besseres Gefühl mit. Sonst sind die immer so weit und Knisterplastik. Die sind schon schöner gemacht. Und hier habe ich einen Spiegel. Also nicht wundern, wenn ich hier immer runter gucke. Hier habe ich einen Spiegel. Und ihr solltet es tatsächlich mit den Händen auftragen. Ich mache mir das jetzt hier am Ansatz mit den Händen auf. Jetzt brauche ich nämlich den Stielkamm. Da habe ich ihn hingelegt. Um mir das so ein bisschen abzuteilen. Für die Ansätze. Und dann kommt da wieder was drauf. Einfach reingreifen. Und hier am Ansatz auftragen. Dann renne ich mir das wieder ein bisschen ab. Und greife da wieder rein. Und mache mir hier wieder das am Ansatz. Ein bisschen abteilen. Und hier so von vorne auch an den Ansatz denken. So. Jetzt muss die Brille ab. Auch wieder ein bisschen was auf den Ansatz. Von der Konsistenz her finde ich das auch sehr gut. Lässt sich gut damit arbeiten. So. Dann hier dran denken. Hier vorne auch. Hat die hier auch einen Ansatz. So. So. Jetzt dasselbe im hinteren Bereich. Ich mache das jetzt mal hinten. Am besten macht ihr das mit dem Spiegel. Sonst seht ihr ja gar nicht was ihr hinten macht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Und jetzt soll ich das in die Längen und Spitzen verteilen. Ich habe hier ja auch noch einiges drin. Und gehe jetzt einfach überall auf die Längen und Spitzen. Farbe an die Seiten alles so ein bisschen schön einstreichen. Mit den Fingern bis in die Spitzen schön verteilen. So. Das ist die eine Hälfte. Und hier ist dann die andere. Erstmal den hinteren Bereich. Und den vorderen Bereich. Da war mir ja auch hier vorne sehr wichtig. Dass ich da mal so ein bisschen einen anderen Farbton hinbekomme. Das soll ja ein warmes Blond bleiben. Mal vielleicht so ein bisschen, dass es so Ton in Ton übergeht ineinander. Denn hier war das jetzt hier vorne so gelb. Und das andere war ja eher so ein kühles Blond. So. Jetzt trage ich mir den ganzen Rest hier noch auf. Da oben hatte ich ja schon genug. So. Jetzt ist überall was drauf und dann arbeite ich da nochmal so durch. Gehe ich da mit den Händen nochmal richtig vom Ansatz an bis in die Längen durch. So ist, wenn ich meine Haare so ein bisschen kämme mit den Fingern. Damit auch wirklich überall was hinkommt. Das ist wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Also vom Prinzip hat Garnier sich da gedacht, wirklich für jemanden, der vielleicht sich noch gar nicht mit Haare färben auskennt, so einfach wie möglich das zu gestalten. Und die Creme ist auch von der Creme ist auch von der Konsistenz gut, dass du die so auftragen kannst mit den Fingern. Das hat wirklich gut geklappt, dass auch nichts runterfällt, ist nicht zu flüssig, ist eine richtig schöne Creme. Die kannst du sehr gut auftragen. Wichtig ist ja, dass ihr das schön gleichmäßig einarbeitet jetzt ins Haar. Nochmal vom Ansatz runter geht bis in die Spitzen damit. Dann lasst ihr das eine halbe Stunde einwirken. Dann wird es ausgespült, bis das Wasser klar wird. Und dann kommt diese Haarkur rein. Hat für meine Haarlänge gut gereicht, ein Topf. Und nach einer halben Stunde spüle ich das dann aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es wieder ausgespült und zwischendurch hatte ich schon geguckt und denkt, ach du Schande, das wird ja hell hier oben. Seht ihr das? Es ist heller geworden. Ob die Grauen weg sind? Ich schaue mal. Ja, es hat die Grauen sehr gut abgedeckt. Leider hat es meine Haare aber auch aufgehellt. Das kann bei einer Farbe halt sein, wenn die heller ist als eure Naturfarbe, dass es die Haare auch auffällt. Und ich sagte ja, man sollte bis mittelblond und dunkler nicht. Und ich habe ja eher dunkelblond. Und das ist jetzt dadurch etwas heller geworden. Ich finde die Farbe ansonsten aber sehr schön. Ich finde auch, dass das hier vorne sehr schön geworden ist. Oben, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit muss ich jetzt leben oder mir das nochmal dunkelfärben. Aber das werde ich nicht machen. Ich werde da nicht nochmal rüber gehen, glaube ich. Ich meine, ich finde es ja sonst, ist sie trotzdem noch strähnchenmäßig aus. Und auch hier vorne, dieses Faceframing ist ja noch zu sehen. Aber diese Farbe hier, das ist jetzt so ein goldblond geworden. Ja, ungewohnt. Ich hatte schon gedacht, so jetzt, ne, hätte ich mir das lieber nur auf die blonden Haare gemacht. Denn da finde ich den Effekt sehr schön. Und dann, die Farbe, viel schöner als vorher, viel natürlicher. Ja, anders als erwartet ist das hier oben doch ganz schön viel heller geworden. Da habe ich wirklich gedacht, dass das vielleicht nur die grauen Haare ein bisschen abdeckt. Die wirken dann blond anstatt grau. Aber nein, es hat natürlich alles etwas aufgehellt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Obwohl, bei Farbe, in der Farbe kann die Haare ja auch aufhellen, ne. Brauche ich gar keine Blondierung mehr nächstes Mal. Nehme ich einfach eine hellere Farbe. Ist ja viel schonender, ne. Wenn ich mal wieder komplett blond sein möchte. Ich glaube, ich kann mich dran gewöhnen. So schlimm finde ich es nicht. Ich hatte echt, ich habe geschwitzt. Ich hatte richtig Schiss gekriegt. Ich gucke rein, ne. Als ich hier Kamera ausgemacht habe, gucke ich den Spiegel und denke, das wird doch oben heller. Aber gut. Ich finde trotzdem, dass das alles schön zusammenpasst jetzt. Ne, die Farben. Halt Strähnchen und warmes Blond. Ein sehr warmes Blond. Was ich auch wollte, was ich schön finde. Was kann ich zu der Haarfarbe sagen? Hier steht ja drauf. Ausgangsfarben und wie die Farben werden. Das kommt ja so ungefähr hin. Würde ich sagen, es hält ein bisschen auf, wenn ihr dunklere Haare dazwischen habt. Und sehr sanft. Die Kur ist auch schön und ihr seht ja, ich habe einen ganz, ganz tollen Glanz. Ich habe nichts weiter drin, außer diese Kur, die man drei Minuten drin lassen soll. Ich habe mich auch nur eine Minute drin gelassen, weil ich halt so aufgeregt war. Aber trotzdem hat es einen ganz, ganz tollen Glanz. Ich habe noch von der Haarkur richtig viel übrig. Die werde ich auch noch ein paar Mal jetzt benutzen können. Ist sehr intensiv. Ja. Das ist jetzt die Farbe. Ich finde es okay. Ich finde es gar nicht so schlecht. Und es ist auch vor allen Dingen gleichmäßig geworden. Obwohl ich es ja mit den Fingern aufgetragen habe. Ich habe auch erst gedacht, oh Gott, mit den Fingern. Aber die Farbe ist ja dafür gemacht, dass es so einfach wie möglich für uns ist, das zu Hause zu machen. Wenn man jetzt nicht gerade Friseur ist und mit Pinsel und so weiter und abteilen und das einem alles ein bisschen zu kompliziert ist. So, das ist sowas ganz Einfaches. Aber die Farbe, ja, eine richtige Haarfarbe halt. Die auch ordentlich eine Veränderung gebracht hat. Im blonden Haar hatte sie es einfach nur ein bisschen wärmer gemacht. Den Ton ein bisschen natürlicher, finde ich hier vorne. Gibt auch keinen Gelbstich. Ihr seht das hier, wo die sehr, sehr hell waren. Oder kein Grünstich auch nicht. Da, wo die sehr, sehr hell waren, da ist das jetzt okay. Ist ein bisschen helleres Blond. Und, ja. Also ließ sich gut auftragen. Scheint schonend zu sein, zur Kopfhaut und zum Haar. Ich habe auf der Kopfhaut auch gar nichts gespürt, weil ich habe es ja direkt auf die Kopfhaut, auf den Ansatz auf die Kopfhaut gemacht. Da hat nichts gebrannt oder so. Hier hinten steht auch noch mal drauf. Lieber einmal 48 Stunden vorher testen. Ein bisschen was davon anmischen. Und dann gucken, ob ihr eine Allergie dagegen entwickelt. Nach 48 Stunden. Ich hätte jetzt vorher keinen Allergietest gemacht, weil ich weiß, dass ich eigentlich recht unempfindlich bin. Habe schon viele Haarfarben ausprobiert und habe das jetzt einfach so gemacht. Aber wenn ihr unsicher seid, macht lieber so einen Allergietest vorher. Steht alles dabei, wie das funktioniert. Ja, eigentlich finde ich sie gut. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.